Berufsausübung verpflichtet. Er hat dabei sein Handeln am Wohl des Patienten auszurichten. Und bei der Behandlung hat er die Würde des Menschen zu beachten und insbesondere das Selbstbestimmungsrecht des Patienten. Musik L'autonomie et la dignité, mes passions ont priorité, les droits humains et les libertés civiques. Consacrer ma vie et tout mon cœur au service de l'humanité. Je fais ces promesses en heure sans aucune critique. Musik Et moi j'adore Hippocrates, la santé des passions m'intéresse, mais pas les ordres de la politique. Musik Et moi j'adore Hippocrates, la santé des passions m'intéresse, mais pas les ordres de la politique. Musik Ich verpflichte mich, feierlich mein Leben in den Dienst der Menschheit zu stellen. Ich werde die Autonomie und Würde meiner Patienten respektieren. Musik Ich werde die Autonomie und Würde meiner Patienten respektieren. Applaus Autonomie und Dignité, meine Patienten haben Priorität, Human Rights und Civil Liberties. Musik I dedicate my life and heart to the service of humanity. I swear by my honor and my best abilities. Musik I promise that I'll never be a slave like democracy. And I will keep my promises and free. I promise that I'll never be a slave like democracy. And I will keep my promises and free. Musik Ich werde meine medizinischen Fähigkeiten nicht anwenden, um Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten zu verletzen. Musik Ich werde meine medizinischen Fähigkeiten nicht anwenden, um Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten zu verletzen. Musik Selbst wenn ich bedroht bin. Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Menschlichkeit und Wohlergehen, die Würde des Patienten sehen, die Freiheit und die Ehre respektieren. Menschenrecht, Autonomie, das ist so wichtig wie noch nie, das wollen wir auf keinen Fall verlieren. Hippokrat, das ist mein Idol, es geht hier ums Patientenwohl, das wollten wir jetzt endlich mal kapieren. Hippokrat, das ist mein Idol, es geht hier ums Patientenwohl, das solltet ihr jetzt endlich mal kapieren. Perrin, super! Danke, danke, danke schön! Danke euch allen! Wow, Perrin, ein Exklusivkonzert von dir! Wie glücklich wir sind! Herzlichen lieben Dank! Schöner kann es gar nicht sein an diesem herrlichen Sommerabend. Die Uhrzeit sagt, dass die Kundgebung jetzt zu Ende ist und ich darf euch für nächste Woche wieder einladen. Und liebe Perrin, wir wissen genau, wie viele Sorgen du hast und wie viele Prozesse vor dir stehen. Wir haben ein bisschen was für dich gesammelt und später abseits im Parkhaus und so können wir es dir überreichen. Für jetzt sind wir aufgerufen, das Gelände zu verlassen und wir sehen uns gleich und herzlichen lieben Dank! Alles Liebe euch bis nächste Woche! Perrin, super! Dankeschön! Bis Leipzig am Samstag! Wie viele kommen denn nach Leipzig? Leipzig! Wir kommen nach Leipzig! Leipzig! Überlegt euch doch mal! Der orangen Rucksack bei Ihnen ist ein bisschen im Hut. Der orangen Rucksack bei Ihnen ist ein bisschen im Hut. Der orangen Rucksack bei Ihnen ist ein bisschen im Hut.